Leben. Außer das, was der Herr Jesus uns gesagt hat, was wir sein werden. Entweder wiedergeboren oder nicht wiedergeboren. Und deswegen wird kein Wiedergeborener sich Baptist nennt. Wenn sich jemand Baptist nennt, dann gehört er einer sogenannten weltlichen Traditionschristentum. Ja, Traditionschristentum. Die ursprünglichen Baptisten, so wie die genannt worden sind, die Wiedertäufer, die kommen natürlich aus der Reformation. Das waren die Richtigen, die Vorfahren. Aber ihre Kindeskinder, die jetzt die baptistischen Gemeinden führen, die sind nicht wiedergeboren. Das sind alles Traditionschristen, die in solche Familien hineingeboren sind. Alles klar, danke schön. Und noch eine Frage. Und zwar, wenn ich einen Kollegen habe, zum Beispiel, der ist evangelisch geboren, hat die Kindertaufe evangelisch. Oder sagen wir eine Freundin, die es wird evangelisch geboren, hat die Kindertaufe gemacht und dann ist sie mit einem Muslim zusammengekommen, hat den geheiratet und musste dann die Schahada aussprechen, obwohl die gar nicht im Glauben nachgegangen ist. Kann die dann wieder zur Buße erneuert werden? Ja, klar. Die ist ja gar nicht reingekommen. Also dieses bisschen, als Kind geht auch, das hat damit nichts zu tun. Hebräer 6,4 sagt, für die Leute, die reingekommen sind, geschmeckt haben, das Heiligen Geist ist einhaftig geworden sind und dann abfallen, für die gibt es keinen Raum mehr zur Buße. Aber für die, die hat ja mit dem Herrn überhaupt keine Beziehung gehabt, das ist nur ganz normale Ungläubige gewesen. Die kann noch zurück. Die kann noch Buße tun und dann wiedergeboren werden. Aber dann wird die wahrscheinlich ihren Ehemann verlieren. Der wird sich wahrscheinlich einlassen, denke ich mir mal. Also du musst sie dann wissen, ob ihr Ehemann ihr wichtiger ist oder der Herr Jesus. Deswegen sagt der Herr Jesus, wer sein Leben erhalten will in Johannes 12, der wird verlieren, sein Leben. Wer aber sein Leben verliert, um meines Willen, der wird es gewinnen. Also du musst bereit sein, alles zu verlieren in deinem Leben für den Herrn. Und ich habe noch eine Frage und zwar, seid ihr schon mal Atheisten begegnet, die sich dann irgendwann bekehrt haben? Oder habt ihr diese... Na ja, es haben sich ein paar Leute bei mir gemeldet, die sich aufgrund meiner Arbeit nicht bekehrt haben. Aber es ist schwierig, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber nicht unmöglich. Wie das der Römerbrief sagt, Römerbrief Kapitel 10, der Glaube kommt durch die Verkündigung. Also musst du verkündet und der Heilige Geist arbeitet an den Menschen. Räber, ich habe mal eine Frage, ja. Ja. Wird man durch Werke gerettet oder wird man durch Glaube allein gerettet? Würde den Glauben. Aber dieser Glaube, der echt ist, der dich rettet, kann man nicht mehr. Ja. Und muss man zum Iaphobusbrief und zum Römerbrief. Aber dann habe ich eine... Kann denn ein Wiedergeborener verloren gehen oder ist er denn gerettet für immer, wenn er wirklich wiedergeboren ist? Ist er dann einmal gerettet, immer gerettet, kann er dann wieder abfallen, der gerettet ist? Ja, der abgefallen ist, weil er nie errettet. Du kannst nicht errettet sein und dann deine Errettung verlieren. Dann würdest du einen Widerspruch nehmen zu Johannes Kapitel 10, wo der Herr sagt, ich bin der gute Hirte, keiner kann sich mir aus meiner Hand reißen. Ja, weil das heißt ja auch dann in Jakobus, Glaube ohne Werke ist mein Vater zu reißen. Ja, weil das heißt ja, die will glauben. Ja. Und das heißt ja, Glaube ohne Werke ist tot. Ja, das ist der Jakobusbrief. Wie bitte? Der Jakobusbrief sagt... Kannst du das erklären einmal, Glaube ohne Werke ist tot? Ja. Ich glaube, es gibt kein Glaube ohne Werke. Das ist der Jakobusbrief, der sagt, ja, der Glaube rettet, aber ein Glaube, der Werke vollbringt, ist der wahre Glaube, der geschwettet. Ja. Sonst ist das ein toter Glaube. Und wenn jemand... Er hat eben Beispiele aus der Vergangenheit, nämlich durch Abraham, der bereits war aus Glauben, seine Sohn Isaac zu Opfern. Da seht ihr, da sagt er, seht ihr, erst durch die Werke wird der Glauben vollkommen. Bruder, da habe ich mal eine Frage, wenn jetzt zum Beispiel eine andere Trinitätslehre lehren, zum Beispiel, dass sie sagen, dass der Sohn der Vater ist, so ne? Noch mal, noch mal, was? Ja, es gibt ja auch TikTok-Spiele, die lehren, eine ganz andere Trinität halt, ne? Und was denn zum Beispiel? Ja, dass der Sohn der Vater ist, und der Vater der Sohn ist, ne? Ja. Ja. Die Freimaurer und die Zionisten kommen alle von Christen, das sind alles, im Öffentlichen sind das alles Christen, im Privaten sind das alles Freimaurer Illuminati und so, das sind alles Christen. Alles Schlechte kommt von Christen, es gibt nichts Gutes, was die Christen erfunden haben. Alles Schlechte, zum Beispiel Kiez, Kiez, wird von Christen regiert, alles, diese ganzen Zuhalter, alles Christen, von Kiez, Hamburger Kiez, alles Christen. Und diese Medikamente, diese Kapseln, die der Allah, diese Hudes gibt, damit ihre Scheiße nicht klingt. Diese Pornografie, 0190er Nummer, alles Christen, diese Frauen, alles Christen, alle tragen ein Kreuz. Diese Corona-Politik, diese Corona, diese Quattel, ganz kurz, diese Corona-Politik, alles von Christen, alles haben die Christen erfunden, diese Corona-Politik, die Sitzung, du musst zu Hause bleiben, 20 Christen. Ja, aber warte mal, wenn man die Christen betrachtet, dann ist das nichts anderes, kein Unterschied zu 0190er Nummer, der hatte schon recht. Aber der weiß nicht, dass sein Zustand noch schlimmer ist als 0190er Nummer, das versteht er nicht. Junge, du sagst, Jesus ist Gott, du sagst, Jesus ist Gott, du lügst über Gott, du lügst über Gott, du lügst über den Schöpfer. Du sagst, Jesus ist Gott, du lügst über Gott, du lügst über Gott, du lügst über Gott, du lügst über Gott. Ich bin ein Prophet, ich schwöre bei Gott, ich bin ein Prophet, ich schwöre bei Gott, ich bin ein echter Prophet. Okay, Mohammed, aber wenn du ein Prophet bist, sagst du mal, wann die Endzeit begonnen hat, welches? Ja, das geht dich nichts an, wann die Endzeit beginnt, das geht dich nichts an, sagt Gott. Was geht dich das an, was geht dich das an, das haben die auch Propheten Mohammed gesagt. Die haben zu Propheten Mohammed gesagt, wann ist der Jungs zu Tag und Mohammed hat gesagt, das weiß ich, das weiß nur Gott im Himmel, wo soll ich das wissen, was geht dich das an? Ich rede doch schon, wie man die Endzeit begonnen hat. Der begeht schon die ganze Zeit, Gott sagt, der jüngste Tag ist schon da. Der jüngste Tag ist schon da. In welchen Jahr hat der begonnen die Endzeit? Junglas, redest du, diese Frage macht keinen Sinn, wir wissen noch gar nicht, bis auf die Hinweise. Ja, aber ein Prophet ist nicht dafür, da um zu sagen, wann der jüngste Tag ist, ein Prophet ist dafür, da um zu sagen, du musst ein Gott, du musst, 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 du musst. Ich kann die Kamera anmachen. Warte, ich gucke, ob das funktioniert. Mach die Kammer, bitte diesen Start. Ich will dich in den Raum, willst du nicht einmal wirklich zum Herrn Jesus kommen und dich rein? Komm, der hat sich gedacht, so ein Prophet dazu gehört auch ein Stab, das ist ganz wichtig, der Stab muss dabei sein. Der Herr Jesus hat dich so geliebt, dass du sein. Aber ich bin ein Prophet, ich höre bei Jesus Christus, ich höre bei den Herren der Welten, bei Allah, ich höre bei alles. Ich höre bei den Typen aus Libanon nach, der hat auch angegeben, dass er angeblich Prophet wäre und hat auch diesen Stab. Du machst ihn einfach nur nahe. Nein, nein, ich bin ein echter Prophet, ich habe eine Offenbarung bekommen, ein Buch, verstehst du das? Das ist der Unterschied zwischen mir und diesen Betrüger. Das hast du geklaut. Ich habe eine Offenbarung bekommen, den aus Libanon nicht kennen den. Guck mal hier, das sind die Wörter von Gott, die ich empfangen habe. Guck hier, auch warnen wir jene Ungläubigen, die den Koran in Poesie, Oraken und Legenden einteilen. Das sind Wörter von Gott, das sind nicht Wörter von mir. Ja, das sind Wörter von Gott, guck mal, ich habe eine Story für dich, ja Mohammed. Und zwar habe ich ein Opa, ne, damals, der ist gestorben, aber meine Oma hat das gar nicht gecheckt. So, der stand da einfach, der ist im Stand gestorben, der hat so einen Stab gehalten und dann war der drei Wochen, war der tot, aber der war noch am stehen. Und dann irgendwann haben so diese, diese Holzwürmer, den haben diesen Stab durch Sport, also haben den weggefressen, dass der Stab irgendwann eingeknickt ist und der ist umgefallen. Lauf dich über den Koran losz mafia omega, hör auf, wieavored ich den Koran. Dich kennst du doch, ist eine wichtige Story, die ist mir passiert. Du lügst, noch du Klaus, was ist mir? Du Klaus. Ich habe mir diese Medikamente, wenn ich den Kapseln für die Hodi, dann ist es erst gar nicht stinkt. homosexuell jesus christus homosexuell hat füße gewaschen von männer das ist auch schwul das heißt wenn dein vater deine füße wäscht weil er dich liebt dann ist das schwul oder was ja war das fremde männer zu fremde männer gehst du und füße das ist sexuell wird ein jesus nein du kannst dich erniedrigen und die füße von deinem liebsten ich soll an mich erniedrigen und füße waschen füße lecken von männer wenn ich lecke nicht von lecken war nicht die aufgabe ist die aufgabe des profit ist nicht füße waschen sondern warnen kollege glaub an gott sonst kommst du hölle fertig die aufgabe bitte über diese medikamente über diese kapsel das doch über jesus reden ob er satan war oder hast du darüber reden ja okay wie ich soll ich die beweisen dass jesus sagt dann ist ja wenn das sind meine medikamente wieder alle diese jesus satan weil er die sünde auf sich genommen hat und somit die gerechtigkeit abgeschafft hat wer die gerechtigkeit abschafft ist klar und deutlich der teufel oder nicht ja wenn wenn einer die gerechtigkeit abschafft ist der ist der teufel fertig wenn man die winden von einem nüttern macht man ihnen ungerecht oder was ja dann ist man ungerecht weil wo stelle vor dieser mann hat probleme gemacht eine frau vergewaltigt und du nimmst einfach seine strafzeit auf dich und jetzt die frau die arme frau bezahlt mit dem tod für diese hat doch die strafe aber aber die frau will vielleicht rache sie will lache wie sie will nicht dass jesus die sünden auf sich nimmt warum rache ja die als zum beispiel eine frau wurde vergewaltigt was ja und 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 dieser mann kommt dann gar nicht in der hölle weil jesus für seine sünde gestorben ist dann hat da ja die gerechtigkeit abgeschafft die frau muss selber auch ihren peinigern vergeben der herr jesus sagt wenn ihr nicht bereit seid von ganzem herzen euren schuldiger zu vergeben so wenn ich euch auch nicht vergeben ja aber vielleicht hat sie frau nichts gemacht sie ist vielleicht ahnungslos gewesen konnte ich nicht schreiben was ist wenn sie keine sünde hatte es gibt menschen keinen sünder hatte sonst wäre ja ein gott ja egal aber vielleicht will sie vielleicht will sie vielleicht hat sie gott um vergebung gewinnt und gott hat die vergeben und jetzt wird sie für gewaltig und jesus hat probleme gemacht wenn sie frau ja wenn die frau ist dann kann ich euch auch nicht vergeben so einfach ist dass sie will nicht vergeben sie will sie will ihre rache haben sie will ihre rache haben sie will in der hölle sie will dass sie mal in der hölle behörden das kann eine weltliche frau tun gibt jesus das recht ihre gerechtigkeit wegzunehmen ihre rechte wegzunehmen jesus sind die rechte der frauen weg das das problem ist ja dass diese frau selber ihr leben lang schrott gemacht hat dies ist aber woher willst du das wissen stelle vor allem 12 6 jährige wird vergewaltigt ja und jesus hat die hat nimmt seine strafe auf sich wenn derjenige umkehrt und bereut natürlich musste vergebung bekommen klar jeder mensch hat aber aber warum warum er will die frau will rache die frau soll selber wenn die zum herrn jesus kommt vergeben ihren schuldigen und sich ein waschen lassen aber was ist wenn die vergewaltigte eine sechstjährige ist ja und was hat es damit zu tun auch ein kind kann zum herrn jesus kommen und errettet werden deswegen sagte jesus lasst die kinder aber sie waren noch sündenfrei sie hat keine sechserie hat schon 200.000 lügen hinter sich ja ja das heißt bei euch bei euch christen darf man auch kleine kinder zu reden das ist liebe bei euch liebe und mir sagt ja sechsjährige hinaus und ding was ist das für die wirft keine dauer vor ist gesündig zu haben du siehst doch dass ein kind zum beispiel lügt und irgendwas stiehlt und versteckt mal ganz kurz was sozusagen dass ich dauer du lügen da kommen mal her jetzt ich habe jetzt immer leise ich habe das noch gezeigt dass sie das zählt nicht das hier zählt nicht hat nur anziehen da steht nicht draußen wo steht das denn noch mal damit diesen kapseln wie du meintest was der allah denn hodis im himmel damit ihre reise nicht stimmt die jurist essen nicht ja aber du hast gesagt der allah aber damit ein prophet gewesen ja normal aber bist du der ne du bist jetzt der neue prophet richtig ja ja weil wir sind weil die sunniten die ihre sunna folgen weil die sunniten der fehler machen und die hat diese folge und ihre sunna folgen deswegen nur was nur was der koran sagt zählt oder wie du heißt was der koran sagt du lügst ich habe mir nichts dagegen dass du der prophet der muslima bist verstehst du das diese diese leute diese diese bukhari und mussten das waren zwei christen ich schwöre bei gottes waren christen das ist ein richtiger muslim nein 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 das ist ein richtiger muslim nein 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 ich folge nur den koran folge ich nicht die sunna die sunna ist vom teufel sowie die bibel die bibel und diese sunna ist vom teufel bei allah bei meinem herren möge allah dich recht leiten du kennst du hast du jetzt aber du bist du hast du jetzt aber du bist du mal wie leichte dich angreifen die christen abu die christen und greifen dich an mit deines sunna mich können die nicht angreifen weil ich glaubt nur an den koran dann müssen wir reden nur ein rohli man die sunna der koran erklärt sich selber diese sunna ist vom teufel warum will so warum sollte der teufel den koran erklären wir was brauchst du für was brauchst du erklärung der koran beinhaltet erklärt sich selber aber der koran sagt doch dieses buch ist ein gott der koran sagt doch dieses ist mein gott warum warum muss die sunna mir sagen das ist ein buch ist von gott ich bitte tausend mal am tag 100 milliarden mal am tag das heißt pro sekunde 100 gebete man kann so oft wie man will man muss nicht man kann fünf mal am tag bieten dreimal egal wo die djins haben über dich oberhand gewonnen obwohl dieser name abu verflucht ist abu lab wird im koran verflucht und du trägst aber seinen namen judas warum nennst ich kein christ du das weil judas ein verräter war und abu lab sehr gut okay warum eigentlich eine ane gefragt an euch christ warum nennt ihr euch nicht judas hier weil wir uns wie nach einem verräter nennen ja siehst du diese sonnit nennt sich nach verräter abu abu ist auch ein verräter abu lab aber aber wo man ja ja warum nennst du dich nach dem ok warum nennst du dich nach den oder den sommer bitteschön von hoch wurde auch mal überhaupt nicht abo genannten oder ich bin schon zu bieten drin aber oder drei trau mir holen ein paar 3 5 leutigen dennis vertraut mir holste ich schon von einem vertraut mir sagt du bist nicht mal den dritten oder ich bin ein profiter ich schwöre bei gott ich schwöre bei allah ich bin ein profiter oder ich schwöre ich schwöre bei allah ich bin ein profiter und sunniten schieten alle wieder nach mit ihr sind der ungläubige und christen sind ungläubige juden sind ungläubige okay dann sagt mir mal was passiert denn jetzt war der jüngste tag das weiß keiner das geht dich nichts an wann der jüngste tag ist es ist nicht die aufgabe eines profiten zu sagen wann der jüngste tag ist die aufgabe des profiten ist oder die aufgabe des profiten ist du musst den koran folgen das ist seine aufgabe ich habe eine frage nicht korrekt und folgt allein folgt den gesandten mit was kann das hat was hat diese vorpasser dieser fest mit büchern zu tun die irgendwelche menschen mit menschen ein buch über propheten mit geschrieben und ihr klaut dann fährst aus dem koran und wollt diese buch so rechtfertigen ihr sagt ja guck mal hier steht doch folgt den propheten aber was hat dieser buch mit profiten zu tun wasser buch mit zu tun was hat musste ein hans und franz mit profiten zu tun das heißt jeder kann ein buch über profiten mit schreiben und dann sagen ja hier steht im koran soll zu ein buch wollen bis ein lügner hat der prophet nicht gesagt ich kann mit dem koran was was mit diese verse wo gott sagt folgt den koran was machen wir damit was machen wir zur suche 7 vers 3 folgt den koran folgen du bist du bist ein lügner du bist ein kaffee wegen der beleidigen die christen mit als pädophil du verbreitest diese lüge dass man mit einem pädophil aber das war mit war keine pädophil er lässt die christliche missionare ruhe du bist ein lügner in surat 33 21 zu folgen wie ist es ja okay aber was ist mit diesem buch okay was mit diesem was mit suchen sieben vers 3 wo gott sagt folgt den koran wo was mit zu geben was ist mit zu geben das ist mit liefsoned dafür wird auch liebe es nicht dass ich Pl quáchig mit dieser suche wie sie stammt das ist mit dieser suche wo gott sagt folgt den koran was kann ich nicht nur damit was braucht nicht um alles ist mit dieser suche lo tipos was ist mit dieser suche wo gott zu profit man mit sagt folgen koran folge oh mahomet folgten koran folgt den koran folgten koran was machst du mit diese verse du lügst du folgst die 100 100 prozent folgst du die art ist die den kuran wird gott sagt als ob der kuran nur aus folgt den propheten besteht folgt den propheten folgt den propheten der kuran besteht aus der redet ohne pause der besessene immer zu folgen dem koran der 100 authentisch ist und die sonda danach verrückter geist aber im koran steht man darf keine lüge über profeta mit verbreiten und die sunna lüge das sagt uns auch selber gesagt noch selber dieser hat dieses falsch sagt jedoch selber ich fordere mich heraus eine debatte ob sahe muslim authentisch suche 33 fest 62 steht wer einmal lüge über profet mohammed ist gar für eine lüge über profet mohammed du bist ungläubig du kommst ja eine lücke hier ich gebe dir eine hier den buchhari sagt mohammed hat eine sechsjährige geheiratet das ist eine lüge das stimmt nicht das widerspricht dem koran höre mal zu du bist ja wo steht im koran wo steht im koran mit einer sechsjährige geheiratet wo steht das gibt mir einen beweis im koran du sagst doch du bist der nächste prophet du besessen der djinn du schäte warum sagst du so was du bist der nächste prophet du bist du bist enteinster ein profet würde sagen folgt nur den kura nicht die sunna nur ein profet würde das sagen die schieten die sind doch so lieb denn die schäden folgen doch eure bücher sie folgen doch die sunna und hadise sie sind doch ein wenig von der sunna du bist eine schihe aber schlug sei auf flug sei auf ihm am ali flug sei auf hat die man würde erschienen die verfluchen du bist hier gibt es so wie krank diese menschen sind die werden orientieren wird hässlich also ich verfluche imam ali und hussein ok ich bin für jazid friede sei mit jazid also was am liebsten tag mit ihm passiert das weiß nur das weiß nur noch warum du kommst in der hölle weil du denn weil du sagst der koran erklärt nicht wie man betet du sagst du mal eine krepp nicht wie oft man betet du lügst über den koran über gott immer will ich zerstöre dich die sunniten schiiten die sein brüder ihr lügt ihr seid nicht feinde ihr seid brüder glaubt an die selbe sache und der profil hat gesagt der bruder profil das problem jungen tut so als ob die feine seite aber in wirklichkeit hatte ich hier zusammen gegen den koran die sunniten schiiten und die christen nutzen das aus um den koran zu schmälern und ich habe mich bei einem einbeweis dass du bist der profil der ist der heftigste profil hier ein beweis auch auch warnen wir jene ungläubigen den koran in poesie orakel und legenden einteilen das sind wörter von ich habe die christen das dann über gott die sagen gottes sohn oder jesus ist gott ja was anderes den sowieso gefahren aber du sagst du bist der nächste prophet das sache ich habe ich bin ein profil was willst du jetzt machen willst du jetzt gegen gott kämpfen oder was aber es ist keine profil aber was war allah sagt auch im koran hat ihm und enbiya zu machen siegen aller profeten der letzte ja ja mohammed ist der letzte profil mit einem buch was ist so gott schickt keinen profil mehr mit deinem buch aber ich habe ich habe ein kuran von gott bekommen ich habe ein kuran von gott bekommen er hat das übersetzt nicht nicht menschen haben das übersetzt es gibt zwei kuran es gibt zwei kuran nicht ausreden es gibt einen arabischen kuran er wurde verfälscht und es gibt deutsche kuran lass mich ausreden unglaublich ausreden zeig mir den koran und dann sage ich zu dir sallallahu alaihi wasallam zeig mir deinen koran jetzt ich will sehen ich guck auf meinen tiktok profil ich guck auf meinen tiktok profil habe ich gezeigt du machst kam machte kamera an ich will sie jetzt sehen ich will ja nie auf mein tiktok profil habe ich wieder zu sehen habe ich video gemacht mit die habe ich gemacht ja ganz so sehen die auch ein tiktok profil gibt diesen wo die also kapseln so medikamente damit ihre stelle gibt es ja die es noch nicht die hoch ist es nicht trinken nicht sich bekommt kapseln du musst dir so vorstellen gott hat die noch frauen gegeben und diese frauen auf erden sind eklig sie kacken oder nicht frauen die kacken sind wirklich aber diese frauen im paradies sie müssen nicht kann die sind so schön die will kann er nicht das ist ein problem damit wirklich da hast du schon so ein traumata bekommen wo du herausstellt dass eine frau scheiß das ist doch voll eklig man frauen müssen kacken das ist voll eklig also ich will nicht dass meine frau kakt ich zerstöre ihr missionare ich zerstöre euch der sucht die absolute reinheit das ist richtig das ist schon der erste schritt jetzt muss nur einfach weitermachen und zu der absoluten reinheit finden zum herrn jesus christus das recht ist nicht der erste erkenntnis beginnt dass die frauen scheißen und dass das ekelhaft ist das recht und dann musst du aber weitergehen du weidest auch diese erkenntnis du darfst da nicht stehen bleiben du hast diese sehnsucht nach reinheit und das kommt ja nicht von ungefähr und was steht in der bibel über die frauen was hast du gesagt dass wir umrennen sind oder wer hat das gesagt die frauen hier auf der das sind schmutzig die kacken machen pipi sie werden schwanger die haben achsel die haben achselhaare und so das ist nicht schön ich finde das nicht schön aber ich habe eine freie haben die nicht ja aber ich gehe aber ich gehe mal nach da ich gehen duschen nach kann diese frauen die gehen nicht durch die getragen doch kann das geht dann noch in ihre dings pro rein und dann kaka und dann dies das möglich ist eine profet du bist komplett am arsch junge ja was ist das ist die wei frauen müssen noch mal kacken und das ist ekelig wenn frauen kann das ekelig du bist der nächste antichrist junge du bist du nennst dich abo du nennst dich abo du nennst dich abo du kind nennst dich abo einfach mit dieser profete er hat vieles was er richtig sagt nein wirklich damit beginnt erst wirklich die erkenntnis was redest du ich habe aber das willst du nicht eine frau die sie zum beispiel die nicht essen muss nicht trinken muss sie muss die kaka machen sie ist aber wunderschön und sie werden niemals alt wird so eine frau alien von allah erschaffen von allah erschaffen die müssten sich erst nichts trinken sind wunderschön die sind die müssen die haben große augen große brüste schöne körper die müssen nicht auf toilette gehen so wie diese frauen hier auf der erde die willst du bist eine stelle du bist eine stelle sei auf ihm am adi okay ich verfluche immer mal die und die verfluche fatima seine frau also du verfluchte ich glaube jan ali ali ist doch die götze die haben ihn doch zu gott gemacht was ein kranker mensch du bist du bist so krank ist nicht normal so hat ein abu lab dann dieser abu bakr ist abu lab weißt du das er hat einfach sein nachname geändert ich schwöre bei abu bakr ist abu lab als einfach sein nachname geändert von lab in bakr ich bin dann ist der kalif geworden die folge abu lab bis ihr zeuge dass du besessen bist von scheitern okay warum wird abu lab in surah 111 verflucht warum wer ist abu lab das den gott in dem koran erwähnt warum hat ihn erwähnt im koran hat überlegt mal weil er die macht übernehmen wollte er wollte er wollte der nachfolger vom prophet mohammed sein deswegen hat den gott verflucht im koran noch die macht übernommen nach dem tod vom prophet mohammed und hat er sich dann abu bakr genannt nach also abu lab hat sich nach dem top vom propheten abu bakr gibt haben aber abu lab mohammed hast du auch jibril gesehen nein aber nein habe ich nicht aber dann habe ich bin auch voll gelogen nein nein du nicht alle propheten müssen engel sehen dann muss nicht muss nicht du es reicht es reicht wenn gott die eine wörter gibt wenn zum beispiel gott die eine blume gibt dann bist du profitiert ich muss nicht und gott muss nicht zu dir runterkommen und sagen du bist ein prophet menschen fünfmal weil man kann auch hunderttausend mal beten wenn man will das ist kein problem oder ist es ein problem jetzt wenn man zum beispiel den ganzen tag bete den ganzen tag pause macht mit trinken und zu den ganzen das nicht verboten problem ich weiß nicht ob du hier gerade so tust aber das was du sagst ist halt einfach so was von krank tut mir leid ja aber das stimmt was ist wenn ich ein profit bin was ist wenn ich ein profit und ich bin eine profit ich schwere bei all aber in den allmächtigen gott am jüngsten tag okay wir werden dort am jüngsten tag sehen ein junger hat gesagt ein junger hat gesagt er ist ein prophet stimmt das darf ich sagen ja noch einmal eine junge auf tik tok hat gesagt dass er profit er hat ich kann dir eine sache sagen macht aber eine einzige jungen sagt so ich war bei einer sagt so darf er hat mich nicht bestraft machen wir eine rocke an der wird direkt flüchten ja aber du musst sein mikrofon wie gesagt an alle christen diese schieten sunniten sind lügner sie folgen nicht den koran sie folgen die sunna wir mussten mir glauben du hast was vom mikrofon man hört sich kaum durch die sunna versucht das war mit dem man versucht man probiert man mit nur mit dem nein das ist nicht vom profit man mit die sunna das ist von shaytan ich schwöre bei allah die hadith sind alle vom teufel ich muss mal richtig totschlagen auf die straße du bist du hast du heißt abu die für dich auf der straße zu zerfleischen dich du heißt abu dein name gibt mir auf den sack und dann soll dies den koran ist bei suche 111 und ließ da abu verflucht sein die hände von abu was glaubst du wie er sich fühlen würde aber bedeutet einfach stell vor ein christ nennt seinen sohn judas und alle verfluchten judas der kündigung der junge würde trauma bekommen jetzt mal kurz ein punkt ich muss fragen prophet was zum profit ist da ist ein schmutz ist ein netz ich frage ich frage alles ich weiß alles ich bin ein profil aber jetzt entsteht ein kind wie entsteht ein kirch glaubst du wirklich daran dass du fünf jungen frauen kriegst im paradies normal glaube ich dran ich schwöre bei gott ich werde bekommen als was das für ein paradies eure paradies ist doch voll albern ich schwebe in der luft ich schwebe in die luft eure paradies eure christliche bei ist doch voll albern in der luft schweben in der luft durch die wolken durch die wolke das paradies durch wolken fliegen junge ich will meinen garten ich will mein palast ich will meinen brunnen aus aus sind für meinen brunnen aus saft dieser diese diese paradies der christliche ist zu voll albern du schwebst in der luft die schwebst du fliegt was das für ein paradies aber du ich will mein grad ich will meine unsterblichkeit haben das was du hier machst du bist kein prophet du bist keiner du wirst die christen lügt über gott gesagt jesus ist gott weißt du dass wir für gott wie wir sind für gott wie hunde menschen gott ist jesus also gott ist wenn also gott er hat menschen erschaffen und diese menschen sind für gott wie hunde wie hunde wie tiere und du sagst du hast einfach ein tier zu gott gemacht du sagst dieses tier ist der sohn gottes also jesus hier also hat gott dich und zu profitieren was fragen du sagst ja die christen haben jesus zu gott gemacht aber was du machst ja nicht du machst es nicht besser wenn du sagst ich bin ein prophet warum willst du wenn ich ein wenig wenn gott mir ein buch gegeben hat dann bin ich noch ein profit was kann ich dafür kollegen ich werde ich bei deinen schöpfer bei deinen gott beschwer dich bei ihnen sagt warum hast du ihn zu propheten gemacht und ich muss doch alle das buch jetzt möchte ich dir mal bitte eine frage stellen ohne dass du reinredest ja geht das ich schwöre bei anderen ich bin ein prophet ich schwöre bei gott bei den gotten okay ja und dann wirst du diese jungfrauenhäuschen zerreißen den ganzen tag von den hudis was gerade gesagt dass die christen alles hunde von gott sind aber meiner meinung und ich bin jemand ich bin nicht getauft oder was weiß ich bin gar nichts ich bin ungläubig ich sag dir so ne für mich meiner meinung nach ist er sind er die kinder des islams oder kinder von aller hunde und was weiß ich was weil aber die christen machen noch pornografie die machen doch zeigen auch sexfilme die zeigen noch sexfilme die christen machen das doch in deutschland in russland sexfilme weil unter werden überall sexfilme überall lgbq bei euch christen überall lgq und so das ist ein großer unterschied und das ist immer geht man ihn auf den kiez gehen auf den kiez da ist eine kirche neben eine prof neben kirche ist prof was haben wir damit zu tun ja das meine ich doch was haben wir mit mit das zu tun was ihr uns vorwürft jeweils bei euch stehst du ein witz bestehen da steht aber nicht im koran da steht aber nicht im koran ja bei der bibel steht auch nicht mal lgbq kirchen doch da steht der homoseken das steht doch ihr darfst schweine essen ja schweine stimme aber was hat schweine mit lgbq zu tun ich habe gesagt wenn du wenn du streiten wenn du zum beispiel sagt das ist erlaubt obwohl gottes verboten hat macht dann ist doch bei euch auch schwule erlaubt du kennst dich daran so schlimm schweinefleisch ja weil gott er hat das verbot nicht ich weiß nicht warum war das verboten ich glaube es sind menschen gewesen ich glaube schweine es waren manchmal menschen die nicht dann kommen so wie ihr fotos geschickt worden guck mal bitte auf dein ich kann das machen weil das heißt so sonst werde ich gesperrt wegen du weißt schon das ist ja da muss man ein bisschen aufpassen dass ich da noch wenn du mit einer hoodies jungfrauen schläfst werden die danach wieder sofort jungfrau oder bleiben die dann für das sagt muss gott nicht das sagt gott nicht im koran das wirst du weißt es nicht wir wissen es nicht aber wir wissen nur das was uns gott überliefert dem koran mehr wissen wir nicht so sind nur einmal nur alles andere ist gotteslösterung alles 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 andere ist gotteslösterung wenn du sagst jesus ist das um gottes das ist gotteslösterung wenn du sagst jesus ist gott das ist lust darum wenn du sagst man hat eine sechserin geheiratet das ist gotteslösterung du lässt das über gott moment ist das eine gott wenn du mal über rohmet lässt das dann wirst du als ob du über gott lässt das sagt warum machst du den frieden warum hast du ein friedenskurs oder ich mache das kollege gott sagt wird den propheten anfeindet feindet gott an weil dieser prophet für gott spricht wenn ein prophet für gott spricht dann 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 ist es dann stellt dann ist es so als ob du wenn du zum beispiel nicht beleidigt dann ist es so als ob du gott beleidigt wenn ich sage das mal immer zu wenn ich so nicht wenn ich sage ich auch verschiedene ungläubige und die kundin und die sagen und die beleidigen mich dann beleidigen sie gott automatisch lass mich aus und das so hat du hast gerade gesagt dass hunden dass menschen hunde sind jetzt sagst du wenn man gut beleidigt dann ist dann wenn man sich bei dieser leute kummer lass ich mich ausreden ist das soll ich auch richtig doch nicht versteht eine dumme frage ich verstehe das auch ein projekt ich habe steht eine dumme frage jetzt doch für gott eine mücke zu erschaffen und ein pferd zu erschaffen und eine fand zu erschaffen und ein menschen zu erschaffen war für gott gleich schwer das ist für das gleich schnell gleich viel arbeit deswegen sagt gott spiel dich nicht auf als etwas großes dass du bist nicht zu bisschen eine mücke du bist so krank du wirst sowas von in der hölle brennen die gar ich sag viel spaß was hast du gesagt gott was eine frage ja 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 woher die du bist ja nicht normal wenn du so weiter bleibt auf diesem weg du willst du bist aber dein land arabische kaputt und schnutzig dann arabische länder überall kaputte häuser kaputte straßen das ist das ist das ist ein fluch von allah also beleidigt ihr seid ihr seid die knechte von amerika ihr aber ihr seid die knechte von arab von dings amerika ihr kommt nach deutschland um zu klauen und mich beim geschämt wir kommen alle nach deutschland zu klauen aber ich war bei alle aber die ich kenne klauen alle aber die ich kenne klauen also ich glaube ich glaube nicht du sehr hell aber ich schwöre bei alle aber die ich kennengelernt habe alle geklaut hat den deutschen die da kommt auch aus hamburg neuwienthal heimfeld immer dahin die klauen alle alle aber klauen alle aber also ich bezeuge dass ich bezeuge dass du iblis bist ich bezeuge dass du dass du ein ein götzendiener bist ich bezeuge dass ich ein götzendiener ich bezeuge dass du sagst buchhari ist gott ich bezeuge dass du sagst buchhari ist besser als aller ich bezeuge dass du sagst du buchhari hat uns erklärt wie man betet aber alle hat nicht erklärt sagst du aber erklärt im koran nicht wie man betet sagst du aber die schon erklärt und wo ich von wenigstens von buchhari möge ich recht leiten also sagst du buchhari ist besser als aller hat aber vergessen und zu erklären wie man betet so idiot buchhari hat nur die hadithe gesammelt mehr hat er nicht gemacht aber hat aller hat dann vergessen um zu erklären wie man betet also was für engine du hast du sagst doch du sagst du der koran erklärt nicht nur bitte also hat aber vergessen und zu erklären wie man betet oder was was für engine hast du video an machen sie sieht man doch auch nicht warum willst du mich sehen wenn man dich da nicht sieht ich kann doch an machen mich sieht man aber ich würde gern sehen ob ja dann sind zeigt ich doch mal zeigt du erst mal dann zeige ich mich okay ob du auch so eine propheten für frisur hast nein der klatschen das warte ich mache marokka bei den hier auf tiktok macht auch religiös und draußen die frauen hinter oder nachts guckt ihr euch pornofilme an ich weiß das ganz genau guck mal guck mal wie der flüchtet sein schon kommt nicht klar auf diese ferse und jetzt ist der leise gucken wie leise das kommt nicht klar folge nur den koran alleine folge nicht die sonne warum man da habe ich nur an der arabische koran wurde verfälscht das ist so wie die bibel man versteht gar nichts mama bitte deine kamera nein die kamera geht bei mir nicht geht bei mir nicht gerade gelogen jungen haben wir die kamera wir wollen das mit starb sehen wir wollen nicht mit kollege geht bei mir dann kommt bei bs 1 kreuz bei mir ist nicht auf kamera drücke kommt ein kreuz ich kann bei mir bei mir geht das nicht weil ich habe auch ich habe ein video von dir ich weiß wie du aussiehst euch zeigen wir hatten sie folgen mir doch alle alle die hier sind folgen mir doch machen wir machen ja 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 ja